so sand musik ich war gespannt jetzt hierher ich tanze allein zu diesem Lied immer dann eins kleiner sieht ah fuck scheiße ist ja doch nicht zu fett man was ist denn hier los so was ist er denn eigentlich oder hier ja ob du mitmachen kannst so komisch ich hab grad eben noch von dir gesprochen glaub dass du auf einmal weg bist und jetzt schreibst du das dann ja kannst du mir erst dann nix so ohne mitmachen ich weiß nur nicht wie das hier funktioniert weil ich zock auf der ps4 ach scheiße ich tanze allein allein zu diesem Lied immer dann wenn's keiner sieht tanze ich allein zu diesem Lied immer dann wenn's keiner sieht tanze ich allein zu diesem Lied ich bin gar nicht mehr wir sind ja schon ja das ging ja das sache von sekunden ich bin ja da war hinter mir läuft ach das ist ja ich muss mich bei Autodock mal wieder einlocken ich hab's ja eigentlich eine gute Benachrichtigung hier vor allem ah ja feuer bei mehr arbeiten in rauchsäule weit sichtbar deswegen ist hier Feuerwehr erfahren Ich tanze ganz allein, ich bin ganz bei mir. ca. 8000 Euro, ja läuft bei euch, dann stellt man Rasensprenger auf, dann passiert es nicht. Witzig, ne? Bei der Hitze bringt das auch nicht. Immer denn, wenn es keiner sieht, fasse ich mir alleine an den Sack. Immer dann, wenn es keiner sieht, tanze ich allein zu diesem Beat. Da kann man ein paar TikTok live gehen. Hä, was macht denn er da? Was ist denn das? Das will ich auch machen. Geht denn das? Hoppala. Kann er nicht ein bisschen da noch rennen? Ah, A2. Ach, scheiße. Das Feuer gesehen, okay? Ich nicht. Oh, das war ja noch weit nicht beschäftigt. Autsch. Nein! Oh, fuck. Oh. Fuck. Oh. Ja, ja, komm. Schmeiß weg. Toll, das schaff ich doch niemals. Zwei Leute noch und dann bin ich am Arsch. Bin schön rausgeflogen. Einer noch. Ach komm, ich kann sie schon wieder voll vergessen hier. Das schaff ich doch nicht. Ja, war mir klar. Dann kann ich ein bisschen auf TikTok live gehen. die gedauke die gedauke faktor fico beim ablosen zu sehen 2.0 ich meine love in die fresse her kamera wechseln hier das war meine mal ne So, dann erstmal moin moin, muss ich sagen. Mal moin zu diesem Ding mal hier. Wappala. Wappen wir hier auf. Wilding in the zone. Ja egal, pass mal zu. Was mein Bugseeking verzehren. Und dann kann mir keiner inbären. Und dann kann mir keiner inbären. Wilding in the zone. 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 Und dann kann mir da kommen. Und dann kann mir das gehen. Und dann kann mir das gehen. ist jetzt nur die frage wer spielt ne ne endekilling one in woud und schon leidwein Autsch. Spieler melden. Erstmal Spieler melden. Ab ins Hauptmenü. Hallo. Soll das jetzt sein? Keine Ahnung, oder was? Naja, egal. Ich bin nicht auf. Ja, kannst du gleich nochmal in Kühlschrank rein. Spitzenlässig. Na ja, wir machen ja. 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 Die Verbindung scheint stabil zu sein. Twitch, YouTube, inklusive noch Handy und Twitch. Läuft bei mir. Kann man machen. Ich hab nicht gedacht, dass das so stabil durchschält hier. Trotz einer Änderung der Verbindung. Die Verbindung ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ... 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